Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Todd? Tod? Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme. Ja, ich komme. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich. Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein scheiß Problem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Trogentoren. Manchmal machst du mir echt Angst dort. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Ohre hat mich wegen einem beschissenen Buchhalter Galaxien. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Komm wieder her! Komm wieder her! Komm sofort hierher! Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Rühr dich ja nicht so rein, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020